Hallo und herzlich willkommen zu diesem Begleitvideo zur Lehrveranstaltung Digitaltechnik. In diesem Video geht es um die Grundlagen der Buhlschen Algebra. Wir werden uns also anschauen, was logische Ausdrücke sind und wie man damit rechnen kann. Dann werde ich erklären, was die Grundoperationen und die Rechenregeln der Buhlschen Algebra sind. Und schließlich werde ich noch einige Beispiele geben, wie die Buhlsche Algebra angewendet werden kann, um logische Ausdrücke zu vereinfachen. Die Buhlsche Algebra, das sind Rechenregeln zur Verarbeitung logischer Ausdrücke und diese logischen Ausdrücke können nur die Werte wahr oder falsch haben. Das ist vielleicht noch ein bisschen abstrakt. Etwas klarer wird das, wenn wir für diese logischen Ausdrücke mal technische Beispiele angeben. Zum Beispiel, der Motor ist an. Oder, die Lichtschranke in einer Anlage ist durchbrochen. Oder, die Spannung ist größer als eine Mindestspannung. Oder, das soll das letzte Beispiel sein, der Taster ist gedrückt. So, das sind also Ausdrücke, die wir mit der Buhlschen Algebra verarbeiten können. Da es jetzt aber ein bisschen kompliziert wäre, ständig diese linguistischen Ausdrücke hinzuschreiben, werden wir für solche Ausdrücke Symbole einführen. Also, statt der Motor ist an, sagen wir einfach, der Ausdruck ist A. Der Ausdruck Lichtschranke ist durchbrochen, wird symbolisiert durch B. Spannung ist größer als Vmin, C und Taster ist gedrückt D. Diese Symbole erleichtern es uns, nachher diese Ausdrücke zu verarbeiten. So, wo wir jetzt die Symbole für diese logischen Ausdrücke eingeführt haben, ist es ja auch einfach, diese logischen Ausdrücke zu invertieren. Also, wir hatten definiert, D bedeutet, der Taster ist gedrückt. Und dann gibt es ja auch den Zustand, dass der Taster nicht gedrückt ist. Statt das als erneuten linguistischen Ausdruck zu definieren, sagen wir jetzt einfach, dass es die Aussage D negiert. Und das beschreiben wir einfach mit dem D und einem Strich da oben drüber. So, diese logischen Ausdrücke können also Wahrheitswerte haben. Das heißt, in einer technischen Anlage könnte zum Beispiel der Taster gedrückt sein oder eben nicht. Den Wahrheitswert, also ob die Aussage wahr oder nicht wahr ist, drückt man durch eine 1 oder eine 0 aus. Das soll am folgenden Beispiel einmal demonstriert werden. Wir nehmen jetzt also an, dass der Taster tatsächlich gedrückt ist. Das heißt, die Aussage, Taster ist gedrückt, symbolisiert durch D, ist also wahr. Und das bedeutet, D hat den Wahrheitswert 1. Und wenn das gilt, dann muss die invertierte Aussage, also der Taster ist nicht gedrückt, automatisch falsch sein. Also D gleich 1 und D nicht gleich 0 ist eine Äquivalenz. Das kann man durch so einen doppelten Pfeil ausdrücken. Jetzt schauen wir uns den zweiten Fall an, dass der Taster in der Anlage nicht gedrückt ist. Das bedeutet dann, dass die Aussage D, der Taster ist gedrückt, falsch ist. D ist also gleich 0. Und hier geht wieder die logische Äquivalenz. Wenn also D gleich 0 ist, dann muss D nicht, also der Taster ist nicht gedrückt, wahr sein. So, damit sollte jetzt deutlich geworden sein, dass logische Ausdrücke durch Symbole dargestellt werden können, denen wiederum ein Wahrheitswert durch eine Zahl 0 oder 1 bzw. falsch oder wahr zugewiesen werden kann. So, im Folgenden möchte ich mich von diesen Beispielen der logischen Ausdrücke lösen. Und ab jetzt schauen wir nicht mehr darauf, welche Bedeutung tatsächlich ein Symbol hat, sondern wir nehmen nur noch die Symbole als gegeben hin. So, jetzt schauen wir auf die Grundoperationen der Buhl'schen Algebra. Also was sind eigentlich die Operatoren, mit denen man logische Ausdrücke verarbeiten kann? Und das sind erstaunlicherweise gar nicht so viele, nämlich nur drei. Nämlich und, oder und nicht. Die ersten zwei Operatoren sind Operatoren, mit denen ich jeweils zwei Ausdrücke verknüpfe, wie im Beispiel dargestellt. A und B symbolisiert durch dieses Malzeichen. Bei A oder B wird das oder durch ein Pluszeichen symbolisiert. Und das nicht ist, wie wir das vorher schon auch hatten, eine Negation, die durch einen Strich über dem Symbol dargestellt wird. So, das Interessante ist, dass wir mit diesen drei Grundoperationen jede logische Funktion beschreiben können. So, die Bedeutung von und, oder und nicht, will ich jetzt im Folgenden kurz anhand von Wahrheitstabellen erläutern. Also, die linken zwei Spalten dieser Wahrheitstabelle geben Wahrheitswerte für die Symbole A und B an. In der ersten Zeile bedeutet das also, dass A nicht wahr ist und B auch nicht wahr ist. Die Verknüpfung dann von A und B bedeutet dann wiederum, dass auch A und B nicht wahr sind, also Null. Wenn A nicht wahr ist, aber B wahr ist, dann ist aber die logische Verknüpfung von A und B auch nicht wahr, Null. Das gleiche gilt in umgekehrter Reihenfolge auch für A ist wahr und B ist nicht wahr. A und B ist nur dann wahr, wenn beide logische Ausdrücke A und B wahr sind. So, die Oder-Verknüpfung von A und B ergibt genau dann eins, wenn entweder A oder B eins ist. Und A nicht, ist einfach nur die Invertierung der Eingangsvariablen A. So häufig stellt man boolsche Ausdrücke in Form von Schaltungen dar, die man grafisch durch Blockschaltbilder symbolisiert. Und in diesen Blockschaltbildern haben Und, Oder und Nicht jeweils ein eigenes Symbol, das ich hier einmal kurz angeben werde. So, wenn man jetzt also mit diesen Operatoren Und, Oder und Nicht logische Ausdrücke verbindet, dann muss man auch wissen, welche Rangfolge dieser Operatoren gilt. Und hier ist es so, dass die Negation, also das Nicht, die stärkste Bindung hat. Danach folgt das Und und anschließend das Oder. So, allein die Operatoren und deren Rangfolge zu kennen, genügt aber noch nicht, um mit boolschen Ausdrücken zu rechnen. Was man dann noch wissen muss, sind die Rechenregeln, die auch Axiome der boolschen Algebra heißen. Axiome sind ganz allgemein Rechengesetze, die als gegeben angenommen werden können und die ohne Beweis gelten. So, davon gibt es eine ganze Reihe, die ich jetzt der Reihe nach notiere. Wir fangen an mit dem Kommutativgesetz. Also, die Reihenfolge der Oder- bzw. der Unverknüpfung von logischen Ausdrücken kann vertauscht werden. Dann das Assoziativgesetz. Das besagt also, dass wenn wir mehrere Ausdrücke haben, die durch ein Oder verknüpft sind, die Klammerung beliebig gesetzt werden kann. Und gleiches gilt auch für die Unverknüpfung. Dann noch das Distributivgesetz. Dann gibt es noch die sogenannte Ideenpotenz. Also, wenn wir die logische Und-Verknüpfung zweier Ausdrücke haben, beziehungsweise die logische Oder-Verknüpfung zweier Ausdrücke, die beide identisch sind, dann ist das Ergebnis jeweils einfach nur der Ausdruck selber. Dann das sogenannte Neutralisationsgesetz. Verknüpfen wir also über eine Unverknüpfung einen logischen Ausdruck a mit einer 1, dann ist das Ergebnis gleich a und verknüpfen wir mit einer Oder-Verknüpfung a mit einer 0, dann ist das Ergebnis auch wiederum a. Dann das sogenannte Extremalgesetz. Verknüpft man über eine Unverknüpfung einen Ausdruck a mit 0, dann ist das Ergebnis 0, also immer falsch. Und verknüpft man über eine Oder-Verknüpfung den Ausdruck a mit 1, dann ist das Ergebnis immer wahr, also 1. So, dann haben wir noch Komplementärgesetze. Verknüpft man einen Ausdruck a über ein logisches Oder mit der Negation des selben Ausdrucks, dann ist das Ergebnis immer wahr, so wie zum Beispiel der Taster ist gedrückt oder der Taster ist nicht gedrückt. Irgendwas davon muss also immer stimmen, das ist immer wahr. Und verknüpft man den logischen Ausdruck a über eine Unverknüpfung mit der Negation des Ausdrucks, dann ist das Ergebnis immer falsch. Also der Taster ist gedrückt und der Taster ist nicht gedrückt. Beides gleichzeitig kann nicht stimmen, also ist die Aussage falsch. Dann haben wir noch die Doppelnegation. Eine zweifache Negation wird über zwei Striche über dem Symbol symbolisiert. Und das ist einfach gleich a. Schließlich haben wir noch die Gesetze von dem Morgen. Negieren wir die Oder-Verknüpfung zweier Ausdrücke a und b, dann ist das Ergebnis gleich der Unverknüpfung der negierten Ausdrücke a und b. Entsprechend gilt, negieren wir die Unverknüpfung von a und b, dann ist das Ergebnis gleich der Oder-Verknüpfung der negierten Ausdrücke a und b. So, jetzt haben wir noch die sogenannten Absorptionsgesetze. Es ist nicht ganz offensichtlich, warum die Gleichheit bei den Absorptionsgesetzen gilt. Deswegen wollen wir die jetzt unter Verwendung der rechten Regeln, die wir oben aufgeschrieben haben, herleiten. Hierauf können wir zunächst mal das Distributivgesetz anwenden. Dieser Ausdruck, den können wir erweitern wie folgt. Also die logische Unverknüpfung des Ausdrucks a mit 1 ist einfach gleich a. Also haben wir nichts verändert. Und jetzt können wir wieder das Distributivgesetz anwenden. 1 oder b ist immer gleich 1. Und dann erhalten wir a. So, schauen wir dann jetzt auf das zweite Gesetz. Auch hier wenden wir wieder zunächst mal das Distributivgesetz an. a und a nicht ist immer falsch. 0 oder a und b ist immer gleich a und b. So, warum der letzte Schluss gilt, will ich einmal in einer Wahrheitstabelle kurz darstellen, wo ich die 0 nicht als 0, sondern zunächst mal als x angebe. So, die oder-Verknüpfung von x mit dem Ausdruck a und b ist genau dann wahr, wenn einer der beiden Ausdrücke wahr ist. So, da wir aber in dem, was wir hier oben berechnen, x nur gleich 0 haben, müssen wir in der Wahrheitstabelle nur auf die ersten zwei Zeilen schauen. Und dann sehen wir, dass die oder-Verknüpfung von x mit a und b gleich dem Ausdruck a und b ist. Dann schauen wir auf das dritte Absorptionsgesetz. Hier wenden wir wieder erstmal das Distributivgesetz an. Es ist zu beachten, dass wir hier die oder-verknüpften Ausdrücke klammern, weil der und-Operator gegenüber dem oder-Operator den Vorrang hätte. a oder a ist gleich a. So, und dieser Ausdruck hier ist derselbe wie unter 1. Und dann das letzte Absorptionsgesetz. Wir starten wieder mit der Anwendung des Distributivgesetzes. a oder a nicht, das ist immer wahr, das ist also 1. Der Wahrheitswert dieses Ausdrucks hängt dann also nur noch von der oder-Verknüpfung von a und b ab, also ist das Ergebnis a oder b. Eine Anwendung dieser Rechenregeln der Buhl'schen Algebra ergeben sich aus der Aufgabenstellung, logische Ausdrücke zu vereinfachen. Das würde ich jetzt hier im Folgenden an vier Beispielen demonstrieren. Es ist hier also eine Funktion z gegeben, die wird beschrieben durch a oder b nicht und a oder b nicht oder c und das negiert. Die erste Regel, die wir hier anwenden, ist die Regel von dem Morgen. b nicht und b ist gleich 0. Daraus folgt, dieser gesamte Ausdruck ist damit also 0. Damit ist z gleich a oder 0 und das ist gleich a. Schauen wir uns ein zweites Beispiel an. Bei dieser Aufgabenstellung können wir auch zunächst mal den Morgen wieder anwenden. Jetzt sehen wir, dass der Ausdruck a nicht und b nicht und c logisch mit sich selber oder verknüpft ist. Das heißt, das Ergebnis ist damit also a nicht und b nicht und c. Diese Buhlsche Funktion, die hier gegeben ist, da stellen wir zunächst mal fest, dass a nicht und b zweimal in diesen Klammerternen vorkommt. Deswegen ist hier eine Möglichkeit, eine Substitution vorzunehmen. Wir definieren x als a nicht und b und schreiben damit die Aufgabenstellung nochmal neu hin. So, hier können wir jetzt x, wenn man will, ausklammern. c nicht oder c ist immer gleich 1 und damit ist das Ergebnis gleich x. Wenn wir jetzt also die Rücksubstitution vornehmen, ist die Funktion z also gleich a nicht und b. So, schauen wir uns noch ein letztes, viertes Beispiel an. Als erstes wenden wir hier wieder die Regel von dem Morgen an. Dann haben wir jetzt hier eine doppelte Negation. Die lassen wir im nächsten Schritt weg. So, hier können wir jetzt das Distributivgesetz anwenden. a und b nicht logisch unverknüpft mit a und b nicht ist gleich a und b nicht. Und hier nehme ich jetzt noch eine Erweiterung vor. Den linken Ausdruck verknüpfe ich logisch und mit einer 1. So, hier können wir jetzt a und b nicht wieder ausklammern. 1 oder b nicht und c negiert ist gleich 1 und damit ist das Ergebnis a und b nicht.